Mein Name ist Peter Nadler. Ich bin seit 28 Jahren Polizist. Es gibt das Böse. Ich sehe es jeden Tag auf der Straße. Diebe, Mörder, Vergewaltiger, Drogendealer. Eine friedliche Gesellschaft kann nur existieren, wenn sie für ihre Taten bestraft werden. Das ist für mich Gerechtigkeit. Daran glaube ich. Herr Nadler irrt sich. Ich heiße Konrad Biegler. Und verteidige seit über 30 Jahren Menschen vor Gericht. In dieser langen Zeit habe ich nie einen nur guten oder einen nur bösen Menschen kennengelernt. Die Gerechtigkeit, die Nadler will, bekommen wir nur durch unsere Gesetze. Durch die Anwendung des Rechts. Ich weiß, manchmal ist das schwer zu ertragen. Sehen Sie sich jetzt meine Geschichte an.